dann tun wir das mal okay so ein dungeon gab es das schon in 1 4 ja ja das gab es ja relativ früh schon oh la bis lazuli so dann nehmen wir mal das alles mit was ich hier reinpacken kann ok da muss ich auf jeden fall zwei mal laufen das auf jeden fall irgendwie soviel ja die fliecher wie ich daher noch drei kommt den trick können wir da lassen dann nehmen wir lieber noch das körper mit weil dass ich mal nicht wohl mit lasse ich unwichtiges zeug dass ich da unten bauen wir schad schaufel dass ich auch da schadz auf minim braucht man weiß es nicht hier habe ist dann kann ich auch da lassen nehme ich das mal mit sechs diamanten brauche ich auch nicht mit mir schade lässt man einfach da er packst mir dann einfach wo es ist dann wenn ich das alles klar und ich fackeln das mal auf mal da so dann mache ich mich mal wieder auf der reinweg schon rüber da muss ich nicht rein also vor ich weiß es ist dunkel ich weiß nicht hier unten ist hell ich glaube da hinten warst du vielleicht das kann sogar sein oder ich habe da hinten ausgeleuchtet oder das so sweet homes homes wieder um suchen dann hat er auch reier gelegt das ist eigentlich voll die 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 frage was war zuerst da das ei oder das hund sagt er schon voll im kopf zerbrechen das ist eine frage ja ich finde es vorher so voll den kopf zu über zerbrechen kann man schon mal ja es gibt dann doch wichtigeres im leben ja in der tat hat sie gerade so beim arbeiten hat zuerst das hut oder das ei das kommt aber echt voll oft vor dass ich dann so dran stehen wenn ich irgendwas mache wo ich jetzt nicht so mit dem kopf dabei sein muss das ist ein schlag dass ich dann nee nee bei mir doch nicht nee aber es kommt dann manchmal echt vor dass ich mir dann so so sachen überlegt man positiv gründige sachen geht es mir wieder aus das meine treppe dann gucken wir auch gleich mal was wir machen können mit unserem gepfarmten zeug was hast du da warte mal diesen oh hey was geht wie was hab ich nix alles cool will weich gucken wie was ich hier alles machen können hm amm zombie hat ja ne rüstung an hat denn so ein stein in der hand ja mal lol Ja, ne, in den Ender-Zombie. Ich mach mir mal so einen Solarhelm. Ja. Dafür brauchen wir erstmal... Ach, Cold Dust brauch ich für Solarpenner. Wie mach ich den Cold Dust? Ja. Water Bottle. What? Ach, ne. Oder ein Wassereimer. Ein Cold Dust. Minimum Stone. Dann Kohle. Ich bin da nicht schlau draußen. Dunkel draußen. Ja. Äh, nee, warte mal. Das ist echt... Kann nicht wahr sein. Hydrated Coal. Coal Dust. Mach ich. Minimum. Irgendwie mach ich jetzt ein Minimum. Minimum. Minimum Stone. Minimum Stone, ne. Dafür braucht man ein Inner Stone. Ach, okay. Alter. Echt jetzt. Wir brauchen... Äh, acht von diesem Charred of Minimum. Damit wir... Äh... Minimum Stone machen können. Okay. Und den Minimum Stone brauchen wir für dieses... Für den Kohle-Staub. Obwohl ich... Warte mal. Ich geh mal kurz... Äh, in den Wiki kurz rein. Oder nicht auch irgendwie anders so machen kann. Ähm... Take it. Und... Äh, oder... ... ... Das können.. bei Mark, warte mal ähm A, C der Atari ah das hier Flint, haben wir Flint Maschinenblock ja Flint wo haben wir denn, wo haben wir es denn wo haben wir denn Flint Flint, Hammerhead ach so, Hammerhead dann muss ich erst der Flint Farm gehen ach das hier kann man nein, 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 für das Skelett nicht mit Daddy aber dann kann ich, ich kann mir schon mal Maschinenblock machen ja, Maschinenblock warte mal, was ist für Canning Maschinen ja, Maschinenblock und Electric ja, das kann ich auch gleich machen du kannst mal ein Cobra Cable machen ein Extractor machen äh Extractor ah okay dann mache ich das mal so, dann machen wir gleich zwei Maschinenblöcke das geht jawohl wir haben ach falsches das ist da das ist da das kommt weg ähm Cobra Cable Cobra Cable mit Rubber oder ohne das ist eine gute Frage ist das schwarz oder ähm es haben na nein ist das ä ist Vielen Dank.